Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dates of Bisher wieder. Scheiß, die waren da. Buschaffenmann is da. Buschaffenkralle. Ich kann nicht mehr. Dieser Buschaffe macht mich fettig. Double Haze, ja man. Buschaffen Double Haze, nimm seine Arschhaare und rauch sie ein bisschen. Dann fühlst du dich besser. Oh, scheiße. Egal. Ja, man. Und auch viele. Venomization. Venomization? Ein Ritual dark. Forziert die Demons zu essen, um zu produzieren immer stärker die Demons. Also, die Demons verabschieden sich, um einen Demons zu starken für die Exorcisten zu kontrollieren? Ich denke, dass der Riot nicht helfen. Jetzt, wer hätte das sein? Ich frage mich. Alles, was passiert, ist nicht wichtig für uns jetzt. Wir müssen uns fokussieren, wie wir diesen Ort nehmen für uns selbst. Der Exorcist von vorhin sagte etwas über eine Headless Night, richtig? Das ist wahrscheinlich der Leiter. Dann holen wir ihn und es zerstören. Bis zum nächsten Mal, wir nutzen diese Runde für unsere Städte. Ich lasse den Prinzen und Kamauana für euch zwei. Eliminieren alle enemies, die hier kommen. Entstanden. Nicht viel für mich, aber gut. Kamauana, wenn etwas passiert, telefon mich und ich komme, um dich zu schützen. Okay. Okay. Du bleibst auch sicher, Elinor. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Was ist Tschetsch? Lasst The Survivor sind bereit? Ich scheiße auf eure gefährlichen Treffen, ich tramponiere euch alle die Blitzbeeren. Wir wollten hier doch aufräumen, also räumen wir auch von innen aus und von außen. Nie nieder vor der Macht meines Seins. Schützt Velvet, genau, schützt mich, damit ich fressen kann. Junge, ziel dich auf mich, wenn du mich nicht erschießen willst. Du zückst nur deine Waffe, wenn du mich nicht auch töten willst. Du musst den Willen haben, zu töten, damit du eine Waffe kriegen kannst. Diese nicht, wenn du sie nicht benutzen kannst. So, 17 verschiedene... Ui, ich habe natürlich nicht geschafft. Was? Ist das okay? Okay. Oh, ihr kleinen Puppenkastballer auf euren schwingenden Hörnern. Sieht mir ziemlich auf dem Kackstift. Also werdet ihr jetzt alle einfach nur mal ein bisschen schamponieren. Und darum kommt ihr in den Club nicht rein. Alles klar, also hier gibt es nichts mehr sonst. Kommt, wie das aussieht auf der Karte, als wenn ich fliege. Zoom. Ey, der Raum ist clear. Ja, habe ich safe gemacht, Mädels. Ja, da kommt keiner mehr durch. Die habe ich alle weggeputzt. Mit Haarshampoo. Einmal mal kurz rasiert. Schauen wir mal, was hier mächtiges abgeht. Komm, eure Geschwister habe ich gerade schon weggehodelt. Erstmal gehen wir den einfachsten Weg gerade aus. Braucht man nicht so viel denken. Wir brauchen Katzgeister. Mundwasser. Okay. Stinken die alle aus dem Mund oder was? Cool. It's clear. Der Raum ist sicher. Ich sagte, der Raum ist sicher. Was sagst du mich dann dabei aus, wenn ich den Raum abgesichert habe? Ich bin super raus. See, das was wir jetzt tun. Ich bin super raus. Oh mein Gott. Wie ist ja überhaupt. Hier ist der Raum im Aus wie der, sage Acast. Das ist ja Wohngeier. Die Fertig. Leveler! Willkommen bei! Eins, zwei, drei... Können wir uns die nächste Insel... ...ganz aufentspannend. Uh, die Tür kann ich also auch öffnen. Ich würde mal sagen, erstmal... ...the way geht gerade aus. Dass wir da alles wegputzen. Was uns auf dem Zwirn geht. Wir müssen ja eh alles suchen. Viel zu viele verschlungene Wege. Das ist voll anstrengend. Ach, die rennt schon. Langsam, schnell. Okay. Cool, cool, cool. Oh, ich wollte beide auf einmal! Ganzes Scheiße. Oh, der hat jemand abgeschossen. Oh, du geschossener. Du Schwein. Oh Gott, das sind ja so... Oh... Okay, cool, 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 cool. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Erstmal was saufen, was essen. Nice! Oh! Ich hab den gar nicht gesehen. Ich bin einfach über ihn rüber gestolpert. Beachte mal das, was vor dir ist. Und nicht nur das, was weiter weg ist. Ja, ich wollte gerade sagen, da braucht man ja gar nicht mehr hingehen. Aber ist egal. Wir laufen da natürlich trotzdem hin und wollen dann alles vernichten. So, jetzt haben wir schon mal da auch alles weg. Rangbonus mal 1,2. Was auch immer das ist. War vorher, glaube ich, nicht. Da hab ich vorher nicht gesehen. Keine Ahnung. Ach, scheißen. Furz. Nach, eben nach draußen gehen. Das hab ich ja gar nicht gemacht. Heißt eigentlich, dass da kopflose Furzer da drin sein muss. Kann ja auch hier draußen rumlatschen. Oh, guck mal, hier kann man auch andocken. Warte mal, wann wir hier... Ist das nicht unser W? Sieht genauso aus, wie wo wir angedockt sind. Ohne Scheiß jetzt. Sieht genauso aus. Nur, dass halt keine Leute und kein Schiff und nix mehr sind. Und da drin keine Leute mehr. Hier, die sind alle weg. Egal. Auch das mit dem Weg sind alle, ist genau... gleich aus. Nichts, aber nicht. Ja. Ich bin so... Wir brauchen die Leute. Ihr habt es zu treffen. Ich bin so... Ja. Ich bin so... Ja. 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 Ich bin so... Ja. 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 I won't improve by fighting weaklings ja okay hier sind wir doch schon ich glaube ich läuft gerade alle wege doppelt hier ich leg mich am Arsch kein Bock mehr ich bin einfach ausgewichen man ich war nur wenn das wirklich der eingang war wieso sind dann da keine leute mehr hier ist nacht dann laufen da ausgewichen dann laufen wir normal wieder so jesus so guys hey it's you again uh oh ich bin so busy im so busy i can't even notice what's going on around me you're not fooling anybody why bother i was hoping to not have to deals with you guys whenever i run into yous i already lose so much money because velvet always forces unreasonable demands on you oh miss exorcist your concern warms my little toidle's heart i'm not forcing anything i just think he's trying to take advantage of us by fixing his prices well above market rate price fixing isn't deliberately marking up items so as to take advantage of the last personate i was under the impression that the abbey strictly forbade such unscrupulous business tactics ah there is the thought miz our accounting is always above board 25 hours a day 8 days a week no matter when's and no matter where's you can get whatever you needs for the same fair price that's good to hear eleanor give the nice turtles that smile he so desires i'm sure running a business is hard work hang in there much obliged ach so okay aber witzig der turtle ist cool mit seinen finger bewegung nice und damit ist auch schon die folge wieder vorbei ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal liken, teilen, abonnieren, kommentieren, favorisieren wir sehen uns euer Nobby ciao